Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 17. September. Heute haben wir dabei Pixel Event, Pokémon Go, YouTube, Facebook, Instagram, IGTV und AVM Fritzbox. Beginnen tun wir mit Google und den Google Pixel Smartphones. Das Pixel 4 und 4XL sind die neuesten Google Pixel Modelle und es gibt schon diverse Leaks, aber man wusste nicht, wann sie offiziell kommen bzw. vorgestellt werden. Und das ist jetzt raus, denn Google hat die ersten Einladungen verschickt und die Geräte werden vorgestellt am 15. Oktober in New York. Wer also eine Einladung hat, der kann sie sich vor Ort live anschauen. Für alle anderen wird das Ganze auch auf YouTube gestreamt. Und für alle, die gern Pokémon Go spielen, gibt es seit gestern um 22 Uhr neue Pokémons. Ja, und zwar die Pokémons, die damals in Pokémon aus der schwarzen und weißen Edition kamen, die in der Einall-Region gespielt hat. Jo, also wenn ihr Pokémon Go spielt, macht es mal auf. Ihr werdet bestimmt heute dann direkt welche in eurer Umgebung haben. Bei mir wimmelt es nur so davon. Nächstes Thema, YouTube. Die testen ja sehr viel. Wir haben es ja öfters mal hier im Daily und jetzt ist schon wieder was Neues im Test und zwar Profilkarten. Das bedeutet Profilkarten für YouTube-Nutzer, die eine Historie der Kommentare enthalten. Allerdings nur für einen Kanal, also keine übergreifende Historie, so wie man es beispielsweise aus Internetforen kennt. Aber wenn ihr auf einem Kanal seid und da ist ein Nutzer, dann kann man auf den Nutzernamen klicken. Es geht eine Profilkarte auf und dort erfährt man ein paar Infos über den Nutzer, aber sieht auch die Kommentarhistorie und kann so sehen, ob das jetzt beispielsweise ein Troll ist oder was auch immer. Ja, aber wie gesagt, es funktioniert nur auf einem Kanal. Nicht übergreifend. Übergreifend fände ich persönlich sogar noch besser. Wüsste auch nicht, was dagegen sprechen sollte. Aber ja, schauen wir mal, wie das ankommt und ob es groß und breit ausgerollt wird. Was auf jeden Fall groß und breit ausgerollt wird, das sind neue Videotools von Facebook. Da ist wirklich eine ganze Menge vorgestellt worden. Unter anderem geht es hauptsächlich auch um Live-Video, wo es neue Funktionen, es gibt eine neue API und ganz viele Möglichkeiten gibt. So kann man beispielsweise das Ende und auch den Anfang von einem Live-Video, was man aufgezeichnet hat, auch direkt cutten. Man kann jetzt auch anstelle von vier Stunden sogar acht Stunden streamen und ja, eine ganze Menge. Falls ihr euch damit beschäftigt, guckt euch den Link in den Shownotes an. Da erfahrt ihr ganz viel dazu. Und ja, außerdem im Rahmen von diesen ganzen Vorstellungen für Creators in dem Creator-Studio von Facebook wurden auch neue Features für Instagram und IGTV angekündigt. Und zwar das Scheduling, also das Planen von Beiträgen für den Instagram-Feed und für IGTV. Das ist etwas, was nach der Änderung der Instagram-API im letzten Jahr diverse Third-Party-Tools konnten, aber natürlich noch nicht Instagram-Nativ. Und Facebook-Seiten beispielsweise können nativ Scheduling machen für ihre Beiträge. Also wenn ihr eine Facebook-Seite habt, könnt ihr sagen, der Beitrag soll halt übermorgen um 8.30 Uhr gepostet werden automatisch. Ja, und das wird dann demnächst dann auch nativ bei Instagram und IGTV möglich sein. Und im Regelfall können die nativ immer ein bisschen mehr als die Third-Party-Tools über die API. Aber auch da sind wir wieder gespannt. Die Sachen sind am Ausrollen und mal schauen, wann wir sie haben und wie wir sie dann nutzen können. Und zum Ende der Sendung habe ich noch einen Service-Hinweis für Nutzer der AVM Fritzbox 3390. Das ist nicht mehr die neueste, aber hier zeigt sich wieder, dass AVM sich auch um die alten Fritzboxen kümmert. Und es wird für die 3390 das neue FritzOS in der Version 6.55 zur Verfügung gestellt. Es kann direkt auf der Box installiert werden, also wenn man sich da einloggt oder auch von Hand. Und es soll die Stabilität anheben und man hat auch diverse Zertifikate aktualisiert. Wenn ihr also so eine alte Box am Start habt, aktualisiert sie. Hat ja auch ab und zu was mit Sicherheit zu tun. Von daher immer ein guter Tipp und wenn möglich vorher logischerweise immer Backups machen. Gilt für alles auch für ein Update auf einem Router. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen kurzen Dienstag. Habt Spaß, seid positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.